Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 14 Trainer Karin. Ja, hier können wir mal die Statistik sehen, also die Liga. Die sind immer noch zweiter Platz, haben sechs Spiele gespielt und ja, wenn wir mal ganz unten sehen, sind welche Linien, die haben null Punkte in sechs Spielen, das ist hart, das ist richtig hart. Und dann gibt es zum Beispiel die, wie wir oder halt die mit AC, ich weiß nicht, wie sie heißen, die haben 14 oder 16 Punkte in sechs Spielen, das ist auf jeden Fall ein bisschen besser und was heißt, bisschen, das ist viel besser und ja, schauen wir mal, was wir heute gerissen bekommen und wir müssen wieder die dritten Trikots. Leute, lass mal den guten, den guten Hiljemarkt, so heißt der, ich wollte es schon sagen, Hendrix, aber es ist der gute Hiljemarkt, spielen. So, los geht's. Ich bin heiß auf dieses Spiel, ich will es dieses Spiel einfach nur sowas von gewinnen. Aber Pfosten. Alter. Alter. Der strahlt da durch. Aber fass. Komm schon, ja. Jetzt drüberьяn Jetzt drüber, ja, perfekt. Ja, drunter. Hier, dann werden wir nochmal schön getroffen. Hier drüber? Oh, fast. Oh, Mist. Dann werden wir nochmal schön getroffen. Naja, genügt. Genügt, genügt, genügt. Los geht's. In excelsior. Okay, los geht's. Es regnet, egal, Deepay startet sofort vom Einstoßkreis aus. Machen wir hier diesmal vom Einstoßkreis aus dem Tor. Wir gehen nur mit Roller zu weit. Geh mit dem Dingens nach innen und fast. Oh, fast. Schöner Start von unserer Mannschaft. Von Wiener und von Deepay-Vonalen. Richtig, richtig schöner Start. So. Kofferdöl gewinnt. Schön und heese, Tschadier. Aufbordatung. Aufjussef-Zong. Wir gehen von außen. Wir gehen von außen. Bring die Flanke hinein. Da steht Deepay. Oh, fast. Fast das 1 zu 0 in der 10. Äh, in der 8. Minute. War schlecht Annahme. Egal. Äh, hier auf Wilhelms, ich muss kurz was wir machen, so. Das kann ich die Namen nicht sehen. Schön vorbei. Im ersten. Hat auch so hinten dran geklebt. Hier war der händige Markt, den ich unbedingt heute spielen lassen wollte. Der zeigt auch heute mal, was er so drauf hatte. Ja, schön. Umfasst. Fast hier mit den einzelnen Führungen gegangen. Fast hier eine schöne erste Chance bekommen. Äh, Mist. Das wird eine gelbe Karte sein. Ja. Regick bekommt eine gelbe Karte. Ist egal. Ich muss kurz was trinken, denn es ist ziemlich warm jetzt drin. So. Ja, das war auf jeden Fall ein Foul. Okay. Weiter geht's. Schön weg. Schön perfekt. Jetzt haben wir Locha Día. Locha Día. Gegen die ganze Verteidigung. Uh, Locha Día immer noch am Ball. Auf die P. 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 Macht ihr das. Eins zu null. Klar. Ja, schöner Pass auf von Locha Día und Die P. Dann eiskalt ins Tor. Eins zu null. Perfekt. So muss es laufen. So und nicht anders. Und sofort mit Gordano. Wieder weiter. So heute, heute spür ich irgendwie, dass sie viele Torschießen. Heute spür ich es richtig. Ah, schön. Ah, fast. Immer wieder durchgewiesen. Das wäre einfach richtig schön gewesen. Arias. Ah, hat hier fast noch den Ball noch mit drin gelassen. Komm her. Komm her. Heute sind wir richtig heiß. Heute sind wir richtig heiß. Läuft einfach durch. Klack. Und das 2 zu 0. Heute läuft es. 27 zu 26, ich weiß es nicht. Mit Locha Día machen wir das 2 zu 0. Schönes Tor von den Bluten, die in Locha Día. So. Gordano, du hier sofort wieder. Im Angriff und Locha Día nimmt sich hier den Ball. Gordano auf Locha Día. Locha Día läuft hier schön auf erst vorbei. Und der Schuss. Ah, fast, fast, fast. Komm hinterher. Gordano, du komm schon. Du bist schneller als der. Fast. Ja, schön. Jetzt haben wir die Pay. Ach, fast. Naja, mit die Pay bin ich ein bisschen zu viel spielt, denn er ist weiß das Killer. Und ich tue bleibe ja gerne. Und das macht immer noch ein bisschen Spaß, so, da Tricks zu machen. So. Oh, komm schon. Na los, komm einer hinterher hier. Komm schon. Ja, schön. Oh, viel zu weit in Bein nach vorne gelegt. Oh. Gefährliche Situation, aber die haben wir dann auch wieder mal gereinigt. So, jetzt hier haben wir die Pay. Macht ihr noch vor der Halbzeit das 13 Uhr klar? Das bringt mir einfach vorbei. Klack. Oh, fast. Fast, fast, fast. Weg mit dem Ball. Und jetzt Pfeiffer Abschiri. Pfeiffer, bitte. Danke. So, erster Halbzeit 2 zu 0 läuft auf jeden Fall richtig. Ja. So will ich es und nicht anders. Okay, wir sehen uns in der zweiten Halbzeit wieder. So, zweite Halbzeit ist, beginnt. Und wir gehen sofort wieder mit Quadraten hier ran. Und hier kommt mithelfen. Halbzeit hat es bin. Hildgmark, ja, stark. Stark von unseren guten Hildgmark. Und jetzt auf die andere Seite spielen. Dann auf D-Pay. fast films auf die schnall du vor fast fast sie noch schluss aber auch leider kein tor Egal. Was jetzt? Abseits oder wie? Jo, Abseits. Okay. Schön von Deeper. Oh, fast. Ah, kommt noch einer ran. So, Williams. Wie schnellst du? Deeper. Wie schnellst du? Die Bühne läuft in die Mitte. Er läuft weiter. Zieht einfach an vorbei und der Schussarm. Mann, wieder der letzte Mann, der alles verhindert. Kommt die Beck, komm, 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 die Beck, komm, die Beck, mann, schon wieder fast. Zwei Wiener. Ich nahm, verliert den Ball, holt sie nicht wieder. Ciao. Longshot. Okay, der Verscheiß. Egal. 71. Minute. Wir können uns das Recht zu nur klar machen. Dann ist auf jeden Fall komplett gelaufen. Und da haben wir Luchadier. 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 Mit dem Doppelpack, glaube ich. Heute. Man steht auf jeden Fall schön an drei Mann vorbeigegangen und dann, also da mit dem Keeper und dann regt der ein. So, jetzt müssen sie aber auf jeden Fall gelaufen sein. Los, da komm einer. Oh, ungefährlich. Okay. Jetzt haben wir Willems. Ups. Das war dumm von mir. Egal. Willems kommt hinterher. Willems kommt hinterher. Da kommt der Ball nicht weit. Oh, komm schon. Egal, wenigstens. Foul. Oh. Die Spiel würde ich jetzt eigentlich nicht. Anspielen. Danke kommt und keiner bekommt sie. Okay. Gordado. Gibt jetzt Gas. Gibt jetzt richtig Gas. Der ist heute richtig heiß mit Luchadier. Jetzt haben wir Diepe. Diepe will auch unbedingt noch sein Tor. Nach der ist heute... Oh, das war richtig schlecht. So, wo ist Diepe. Ich will, dass Diepe heute sein Tor macht. Aber nicht, wenn er so kacke spielt. Longshot. Longshot. Ah, fast. Fast. Fast, fast, fast. Letzte Aktion. Letzte Aktion. Flanke. Keine. Ah, noch nicht. Jetzt ist die letzte Aktion. Okay, das war... Richtig schlecht. Ah, da war noch eine gute Flanke gekommen. Egal, wir gewinnen. Ich bin jetzt 3 zu 0. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Und wir können jetzt mal hier schauen. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder erster Platz. Mit 16 Punkten. So ist das gut. Okay. Komm mal hier. Nachrichten vollspielert. Danke schön. Hallo Trainer. Ich bin froh, dass sie mir vertrauen. Vielen Dank, dass sie mich so oft einsetzen. Ja, kein Problem, Jürgen. Kein Problem, Luchadier. Ja. Ich würde sagen, das war es von dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und ciao.